Aber aktuell geht das bei mir, weil aktuell habe ich Urlaub. Ich muss morgen nicht früh raus oder so. In der normalen Arbeitszeit bei mir wird es dann wahrscheinlich immer den Streamen. Wahrscheinlich entweder, ich weiß noch nicht wie ich es mache, aber wohl wahrscheinlich immer so gegen nachmittags an einen Dienstag und an einen Sonntag geben. Sonntag eher sogar, vielleicht sogar schon vormittags. Aber da werde ich nochmal alle so ein bisschen informieren, was dann die Sache ist, wie das dann weitergeht, wenn ich wieder arbeite. Aktuell habe ich Urlaub. Deswegen stream ich aktuell auch so viel. So, wie gesagt, wir haben jetzt auch eine Nachtschicht, deswegen sollte das ein bisschen besser gehen. Oh, es ist halt so eine Sache. Ich werde auch immer mal so ein paar Aufträge machen. Und Johanna ist mal wieder krank. So langsam, ganz schön viel bei mir. Oh, jetzt habe ich ganz schön viel angenommen. Ey, ey, ey. Okay. Aber wir müssen halt auch unsere Finanzen ein bisschen im Auge behalten. Oh, jetzt ist hier richtig gut was los, richtig betrieb hier. von morgens bis abends. Wer weiß, vielleicht werde ich auch die Wand hier einfach nach vorne ziehen. Damit die ein bisschen mehr Platz haben zum Arbeiten hier. Obwohl, den Sturz ist ja nicht, wenn sie so arbeiten. Vielleicht werde ich den Raum hier auch splitten. Könnte man auch machen. Das wird ein richtig gutes Projekt. Oh, wieder ein bisschen Geld eingenommen. Ich würde es vor mir rufen. Ich würde es vor mir rufen. Ich würde es vor mir rufen. Ach, ne. Brauche ich dich rufen, der kommt sowieso. Ich würde es vor mir rufen. Ich würde es vor mir rufen. Mal rufen, ich würde es vor mir rufen. Ja, ich würde es vor mir rufen. Ich würde es vor mir rufen. oh ja das wird schon ganz schön rein ich muss wirklich regelmäßig die projekte hier machen nebenbei das habe ich halt ein kleines geld problem so 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 Vielen Dank. Gehen wir uns hier weiter dagegen, dass wir das irgendwann verschaffen. Wie sieht es hier aus? Hoffentlich haben wir uns damit nicht übernommen. Ich werde jetzt erstmal nur eins laufen. Gleich gehen wir die Gehäte ab. Oder ein bisschen weniger. Uh, ha. Ähm. Ja. Vielleicht mich gleich einer Schicht entlassen. Oh, wir haben Rehe und Hirsche. Oh, wir sehen uns hier. Es ist auch besser, wenn ich mal so ein bisschen meine rollen einteilen, dass ein mitarbeiter probiert so weil die hier stehe ich das ding noch nicht hier rein ist doch eine heizung die ausreichend ist für den raum zwei grad sind hier nur äh warum ein grad ach da stehe ich doch hier noch ein heizung hin so jetzt wird das gleich wieder wärmer werden hier dringend so sie ist definitiv programmiererin ähm ändern sie kann programmieren allerdings hauptsächlich sie dafür zuständig um designer er kann alles er kann alles jetzt wandert den mirer so kann ich hier die schalten dann geht es weiter sie ist definitiv programmiererin sie hier ist definitiv nur designerin oder er hier seien sie so und sie ist auch programmiererin so 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 was mir hier gleich mal auffällt ist wir haben hier eine künstler schicht schicht so er ist künstler er ist designer sie ist auf jeden fall designer intro programmierer sie ist gut der lasse ich auch alles hauptsächlich drin ich kann alles machen das heißt ich kann hier alles machen wenn ich mal den kuglers wahrscheinlich verschieben und zwar in die spätschicht er geht in die spätschicht aus der spätschicht möchte nur wen raus holen ich nehme mal heidi king raus oder ihn egal so wobei dann ist ja jedes team gut besetzt und vielleicht wird das ja dann noch effektiver warum frieren die denn immer noch wir haben zwei heizungen hier drin es ist 21 grad muss ich nicht verspringen gut hier sind es natürlich nicht so viel grad gut hier sind es natürlich nicht so viel grad auch das wird schon wieder wie Vielleicht wieder was nachschieben, wenn das mal so einfach wäre. Also, wenn das mal so einfach wäre, wenn das mal so einfach wäre, wenn das mal so wäre, wir kommen schon über die Runden, das ist jetzt kein Problem. Wir müssen halt nur fleißig immer Aufträge machen. Da kommen dann halt auch Aufträge, welche aber dann auch längere Zeit für. Okay. 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 Ich habe natürlich jetzt auch super angefangen. Die Abläufe werden dann auch immer besser. Hier brennt ja alles. So, wir brauchen einmal Rechniker. Ähm. So, wie ich es ausbekommen habe. Wartungsdienst. Ich brauche mal den Rechniker. Oh, schon ist alles wieder ganz. Ich glaube, ich habe echt noch eine Reinigungskraft. So, gleich werde ich wieder ganz viel Geld verlieren. Ja. Gehalsverhandlung. Ne. Warum wollt ihr alle mehr Geld haben? steuern gerade nur auf dem bankrott zu mache ich auf jeden fall zwei wiederholungen auch wenn es ewig dauert ich könnte ja mal das spiel abgeben so das blöde sich will eigentlich nicht blöde auftragsverfahren die lampen nehmen ich habe jetzt mal kein lied eingestellt meine kamera mal wieder für euch vergessen die erste wiederholung also die erste erste durchgang ist bald fertig und die zweite durchstellen in reichzeit wieder nicht so ganz bei hier allerdings jetzt ich kann das ding mal probieren ja das ist halt das ding ich habe jetzt zwei audio auch wieder die künstler ich habe jetzt ein bisschen Was ist hier das Level? Bringt halt nix, wenn ich nur ein Team hab, wo so ein Zweier drin ist. Das ist doch wieder echt nervig. Okay, dann warte ich auf den nächsten Monat, das ist mir sonst zu heiß. Ach, jetzt hört doch mal auf mit eurer scheiß Gehaltsanfrage, Alter, echt. Das ist ja... Ja, alle entlassen. So, Auftragsarbeiten. Nein, nein, nein. Alle viel zu große Arbeiten. Wo wir ewig und drei Tage dann dran sitzen, nicht fertig werden. Und es dann kein Geld einbringt. Was? Bis zum nächsten Mal. Ich bin nur noch ein paar Mal. Dann schnapp uns an. Ich habe doch hier dringend. Non, ich kann mich nicht nur noch mehr anstellen. Alles ist ja... Du bist du ein Zeichern. Ich kann mich nicht mehr so gut. Und du bist. Du bist. Du bist. Und jetztcycliert. Ich kann mich. oder warum ich noch mal damit die da sind jetzt können sie mir nichts mehr oh ich bin ja so haben wir denn jetzt noch einen kleinen auftrag nein tut mir leid ich muss jetzt so einen auftrag hat einfach immer level 2 audio das wäre aber ewig dran geht eigentlich schnell voran das projekt ging doch relativ schnell ja wir haben jetzt quasi durch diesen auftrag schon was das hier durch die ganzen kleinen aufträge haben vielleicht ist es doch gar nicht so schlechten und größeren machen allerdings vielleicht nicht mit level 2 audio die qualität gut ist führe ich aber da ist es halt so dann lasse ich auch mal mein projekt ein bisschen mehr leiden schneller geht weil das ist halt das was meine leute hier bezahlt um die leute komme ich halt nicht und wir haben es jetzt nach zwei wo gesagt ich möchte unbedingt diesen soundmaster durch ausbringen konnte das werde ich auch noch tun wenn es das letzte recht tun so 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 Jetzt halte mal das Ding hier, es ist immer ein Kampf mit dem Geld. Umso schöner, wenn man dann weiß, man kann hier mal wieder ausbauen, man kann sich hier mal wieder erweitern, ist schon nicht schlecht. Amen. 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 Vielen Dank.